Hey Johannes hier von NewGadgets.de und ich bin auf der IFA 2024 in Berlin und hier bei MSI, denn die zeigen ein sehr interessantes Notebook, ausgestattet mit dem neuen Intel Core Ultra Prozessor. Hier haben wir das MSI Prestige 13 AI Plus Evo und das ist ein 13 Zoll Notebook mit einer ordentlichen Akkulaufzeit und vor allem sehr interessant 990 Gramm Gewicht. Das ist also ein wirklich sehr leichtes Notebook, das man immer mit sich herumtragen kann und das werden wir uns in diesem Video ein bisschen genauer anschauen. Fangen wir mal mit dem Display an. Wir haben hier ein 13,3 Zoll 2,8K Display. Das ist genauer gesagt 2880 x 1800 Pixel im 16 zu 10 Format und das Display ist ein OLED Panel und bietet eine 100%ige Abdeckung des DCI-P3 Farbraumes. Wir haben hier dünne Displayrahmen und wie ihr hier oben sehen könnt auch eine Abdeckung für die 5 Megapixel Webcam. Wie bereits gesagt, es ist mit dem neuen Intel Core Ultra Prozessor ausgestattet, der hier auch aus der IFA 2024 vorgestellt wurde und es wird natürlich mehrere Konfigurationen geben. Hier geht es dann hoch bis zum Intel Core Ultra 9 288 V. Und wie ich schon gesagt habe, 990 Gramm Gewicht, wenn ich das in die Hand nehme, es fühlt sich einfach so ultra leicht an, als wäre es ein Dummy, aber es ist ein vollwertiges Notebook. Realisiert wird das Ganze durch das Magnesium-Aluminium-Chassis. Ja und obwohl es so dünn und leicht ist, haben wir hier eigentlich so ziemlich alle Anschlüsse, die wir benötigen. Wir haben hier links einen vollwertigen HDMI-Port, zwei USB-C-Ports, einen Audio-Port, einen USB-A-Port und einen Micro-SD-Kartenleser. Ja, damit bietet das Notebook eigentlich so ziemlich alle Anschlüsse, die man benötigt. Und das eben bei diesem Formfaktor, das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Es soll noch im September auf den Markt kommen und alle Infos zu Preis und Verfügbarkeit findet ihr dann in der Videoschreibung. Falls ihr Fragen habt, dann haut sie doch gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao! Ciao!